herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch das angeklagt bundle von bones mc alle weiteren informationen zu dieser single und dem bundle inhalt sowie natürlich auch die links zu single und zum bundle findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung angeklagt von bones mc das ganze am 28 oktober erschienen wir haben hier mal wieder ein bundle aus dem bereich deutschrap jawohl es ist ein bundle bestehend aus zwei teilen wir haben hier einerseits mal das shirt und zum zweiten natürlich die single angeklagt am 28 oktober hätte das eigentlich erscheinen sollen aber es gab dann irgendwie scheinbar so viele bestellungen und irgendwie überlastung und probleme und deshalb hat sich das ganze dann mit der lieferung und dem versand etwas verzögert dementsprechend erst heute das unboxing ja wir haben hier wie gesagt zwei inhalte bevor wir hier mal die folie erledigen haben hier noch einen sticker hier lesen wir angeklagt single plus halloween bones mc cd plus t shirt m mehrfarbig ja also das ganze war natürlich größentechnisch frei wählbar ich habe mich wie so oft für m entschieden und dann werden wir auch mal die single hier aus der folie befreien wo ist die schweißnaht ja denke hier bietet sich an wunderbar also das ist die single zu angeklagt kommt hier in einem slim case wir haben hier ein cover in schwarz weiß bones mc hier in der mitte mit einer dame und ansonsten sind hier jede menge maskierter männer um ihn herum mit schusswaffen auf uns gerichtet hier im hintergrund auch noch eine schriftzug angeklagt auf der seite nichts zu sehen und auf der rückseite sehen wir durch also wir sehen hier die cd und noch einen richtigen barcode und einen bones schriftzug so dann schauen wir mal rein so sieht das ganze aus wir haben hier einmal so einen einleger das foto nochmal hier im negativ aber ich sehe schon hier sind gerade zwei zähne rausgebrochen hier von der cd halterung so was haben wir hier wir haben hier auf diesem tonträger auf dieser cd zwei tracks und zwar einmal angeklagt der reguläre song und einmal nummer zwei hier angeklagt instrumental so die credits sind auch mit dabei dann machen wir den einleger wieder rein und schauen uns die cd an so sieht das aus also auch auf der cd hier das cover drauf gedruckt ok und hier scheinbar die cd selber auch ordentlich was abbekommen also ich weiß nicht kann man das ja man kann das sehen hier ist ziemlich heftig was rausgebrochen in der mitte also hier die cd ordentlich beschädigt ja wenn ihr das bundle bestellt hoffe ich natürlich dass die cd bei euch etwas besser ankommt als bei mir und ich glaube ich habe es jetzt genau falsch rum weil man sollte ja so dass hier sehen können genau jetzt ist es richtig so sieht es aus und als zweiten inhalt dieses bundles haben wir ein shirt das kommt hier in schwarz etwas spät denn das motiv ist ja durchaus hollywood nicht hollywood halloween halloween tauglich und so lesen hier bones mc und darunter groß 187 und der kürbis der wird hier gerade aufgeschnitten mit dem messer kürbis hat hier auch diverse euro scheine im maul stecken ja also rein so von der schwertgestaltung auf jeden fall in meinen augen halloween design auch hier so die farbgebung schwarz orange passend gut auf der rückseite ist das ganze hier komplett in schwarz also kein neckprint backprint irgendwas weiter und wir haben es zu tun mit einem gilden heavy cotton in der größe m wie gesagt frei wählbar die größe 100% baumwolle und das ganze ist made in nicaragua grüße gehen raus wir schauen uns das ganze noch einmal kurz im detail an also wie das shirt getragen aussieht und so sieht das ganze dann getragen aus also wir haben das schwarze shirt mit dem großen bones mc schriftzug hier im brustbereich darunter dann zombie bones mit dem kürbis in der hand und jeder noch der orange 187 schriftzug jawohl so sieht das aus und zum abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in dem bundle befindet einmal das eben gezeigte shirt hier und natürlich die single zu dem track angeklagt kommt hier im slim case mit zwei tracks einmal regulär der song und einmal in der instrumental variante jawohl das alles in diesem wunderbaren bundle angeklagt von bones mc mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von der single beziehungsweise dem bundle schreibt es in die kommentare und wenn ihr das ganze feiert falls ihr bones mc unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt euch auf ciao